Wenn du abgeschossen wirst, dann denkst du dir doch auch nur noch, ja komm ich geh jetzt auf. Nein, kündet mich nicht, ich hab Informationen. Ja, in diesem Stil halt, ne. Finkst mir mein Leben. Hauptsache ich versau den anderen noch das Spiel. Wo gehen wir denn hin? Weiß ich nicht, wo sind wir denn? Äh, keine Ahnung, wenn ich was sehe. Achso. Meter? Meter, 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 Meter. Primorsk, oder? Ja, okay, Primorsk, so weit noch fahren. Ja, Primorsk. Okay, so was, komm ich in Müll? Anscheinend gehen wir Milit, okay. Primorsk, Primorsk. Ja, Franz, Ross, 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 Primark, Primark. Primark. Boah, Franz, hast du das lange nicht mehr gespielt, ey. Ich dachte, ich dachte, der Ort ist jetzt möglich, Primark. Das so immer die Programmer-Tipps mit, na. Ja, oh. Ja, na ja, geht keiner mehr, und so. Endlich, Franz, 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 Franz. Es gibt wichtige News. Ja, Franz, 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 Franz. Das haben wir dir eben noch gar nicht erzählt. Es gibt neue Griffe. Das heißt, du musst dein Studium der Griffologie wiederholen. Der Griffologie. Es gibt jetzt auch Bushaltestellen, Franz. Der Typ hat vor mir den Auto bekommen, oder vor mir den Wagen bekommen, da. Den Auto? Den Auto? Den Auto, ja. Den Auto bekommen? Oh, ich hab'n Buggy. Oh, ich hab'n Buggy. Der auch'n Buggy? Was denn? Bist du voll, oder was? Alter, warum kann ich nicht fahren? Du musst doch auf dem Fahrersitz sein, Stefan. Äh, Franz. Doch, ich hab'n's vergessen. Ich glaub' ich halt erst mal, ich glaub' ich halt erst mal führst du erst in die Fresse. Oh, wir haben sogar Zodenglück. Und Anja, wollen wir gleich so eine Curryhalle nehmen? Franz, holst du mich doch irgendwann mal ab, oder? Wenn du willst, das ist mega. Alter, ich kann ein Fahrrad fahren. Da vorne fährt ein Jeep, der vielleicht ist ein Prämmer. Sag dir mehr. Franz, hör dir mehr an. Wird er noch mal irgendwas? Oh, ich hab' den Jeep, der fährt den Jeep in Richtung Prämmer. Ja, das war der Jeep, der mir den, der mir weggenommen ist. Dann lau' ich schon mal, ne? Du holst mich ja auch nicht mehr. Das ist sicher, dass der Fahrersitz sitzt, vorne links. Wir gehen mal vor der Halle und dann gucken mal weiter. Ah, halt die Fresse, die was ist. Das ist ein Buggy. Was, wie übervoll er erzählt hat, damit sich vorne... Ah, ich will. Ich werd' eigentlich die Schnauze halten. Bei GTA wäre das jetzt genauso ausgeartet. Das war damals bei mir in der Dings, war das schon bei mir verbuggt. Ne, den Bug hatte ich ehrlich gesagt nie. Ne? Also ich hatte den Buggy, den hatte ich eigentlich schon in der Dings gehabt. Ja, das hat ich noch nie. Also in dem Testserver. Ich kann noch mal sagen, dass ich ihn noch nie hatte. Weißt du, das ist genau so, wie ich meine Emotes nie machen kann. Kann's eh immer noch nicht machen. Was man kann hier in Motes machen? Naja. Wenn du beide Sticks gedrückt hättest, glaube ich, oder? Japp. Ne, R, B, L, B war das so. L, B, R, B. Wow, wow. Ey, da kann ich euch ja einen Vogel zeigen oder sowas. Ähhhh. Wie weht man die denn aus? Ach so. Mit nem rechten Stick. Ey, Lukas, also Richtung Primark ist ein Jeep gefahren, ne? Ja. Ich töte den einfach. Ja, ich würde nämlich jetzt mit Daniel gerne nichts gefunden. Ich würde nämlich jetzt gerne hier hingehen, Daniel. Wir sind ja eh so zerstreut, dass wir uns erst in der Zone wiedersehen. Ich glaube, wir sehen uns gar nicht wieder. Ich habe nur eine Einser Weste gefunden und sonst... Ich habe auch eine Einser und eine Schrotze. Ja, und eine Schrotze. Ich bin jetzt gar nur 30 Schuss. Ja, das machen wir schon. Wie ein Buggy? So kann es schon mal vorlaufen. Ich bin unterwegs, ja. Ich sehe ja kein GPS, nicht. Sethcourt ist nicht. Der ist auch durchgefahren. Sethcourt ist nicht. Ich habe nur die Hauptstraße entlanggefahren. Ja, nur Anfänger fahren über die Hauptstraße nach Plymouth. Die Programmer fahren über den Strand. Ich nehme mal hin und nehme in der Zone. Daniel, hier ist Benzin. Ich packe es wieder hier ein. Und Zweier-Visier. Wie starte die Zweierbären raus? Nein, sind sie nicht. Achso. Das ist ein Nichtraus. Die Achter sind drin. Gar nichts. Die Achter gibt es noch. Du bist es in der Regel. Die Dreierhelme sind nur noch ein Kerbäckisches. Franz Wolls mich jetzt irgendwann nochmal ab. Das ist eine AK, Stefan. Ich habe eine Mini gefunden. Ich habe eine Mini und eine UMP. Es wundert mich, dass ich die Mini noch nicht gefunden habe. Ich habe nämlich den Schalldämpfer für die Mini gefunden, der nur auf die Mini passt. Passt ja nicht auch auf andere Snipes. Passt ja nur auf die Mini. Ja, ich meine auf die Sniper-Klasse natürlich. Aber die verpassen nicht auf das Sturmgewehr. Wollte ich dazu sagen. Was heißt eigentlich FG? Ah ja. Ich weiß nicht. Vielleicht verstehe ich das nicht. Vielleicht Waffe im Wop. Ja, hier war ich glaube ich schon. Daniel, willst du auch eine schallgedämpfte Waffe? Ja. Du kannst gerne die UMP haben, wenn du willst. Oder die Mini ist mir egal. Ich hätte gerne eine gescheiterte Schrotze. Geht das irgendwie? S12K wahrscheinlich. Ja, das geht tatsächlich, ja. Nicht. Bleib bei der Schrotze und bei der SK. Aber wenn du die Muni von der Mini abgeben kannst... Puh, ich gebe dir meine 10 Reserveschuss. Kann ich dir gerne geben. Ja, wenn ich noch Muni... Wenn ich dir... Obwohl, ich bin hier gerade noch. Hier sind noch zwei Rucksäcke, Daniel. Also ich habe schon eine Pistole, also... Relativ neu. Das ist doch gut. Ne, Fünfer Muni brauche ich dann doch nicht. Franz, gehst du zur Farm weiter, oder? Ich laufe irgendwo hin. Die sind Farmen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, sonst würden wir dann mit Daniel da oben kommen, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es bei Lucas aussieht, Primark. Ich weiß selbst nicht, wie es aussieht. Wenn ihr eine Karte habt, dann können wir uns da treffen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ach, da willst du hin? Hier ist noch eine doppelläufige Schrotze, Daniel. Ja, komm, ich nehme die. Und ich kann ja auch noch 30 Schuss. Ja, aber noch den... die Würgebogen. Hier, äh, 30 Schuss, fünft mal, nimm dir die auch noch. Ja, dankeschön. Dann laufen wir hin, oder? Ja, bis dahinter, willst du? Wollen wir erstmal hier vorne gucken? Ähm, ich hab noch einen Rotpunkt und einen Kompensator-MP, wenn du die haben möchtest. Hab Schalldämpfer, beides. Okay. Also ich brauch vorne nix. Du hast auf beiden Waffen Schalldämpfer, oder? Ach du Scheiße. Ich hab eine MP-Schalldämpfer und eine Mini-Schalldämpfer. Deshalb hab ich ja da eine gefragt, ob ich den Schalldämpfer will. Ah, der fährt da noch rum, der Buggy. Der haut jetzt aber nach links. Franz, nimm dir am besten den Wagen und fahr weg. Halt die Fresse. Hast du mich vermisst, Franz? Lukas, ja, ja. Ah, schön, ey. Ich glaub, die sind links zu den Häusern gefahren. Da fahr' mal, geh mal zu Franz und dann... Ach, wie toll. Gehen wir mal weiter. Und ich sammle sie aber wenigstens. Hast du da noch was gefunden an Waffen, Franz? Nee, ich hab' ne Pistole. Ansonsten geb' ich dir die UMP dann, wenn du willst. Ich könnte dir ne Schrotze geben. Ach, ich hab' ja doch ein Visier. Das pack' ich aber auch mal ne Mini. Ist nix. Hast du ein Fahrzeug, Lukas? Schlaf zu Fuß. Ich hab' alles gebrauchen. Ich hab' so'n Bug, da kann ich nicht fahren. Oh, Mann, ey. Ja, da haben wir auf. Care-Package kommt, Daniel. Vielleicht kommt das hier direkt bei uns. Können wir Franz noch ne Gellem Waffe snacken. Pass auf, bei... Bei... Einer ist bei mir. Bei dir ist einer. Ja, ja. Ich lauf' jetzt durch, aber das Auto bis ich da bin. Oh, was? Okay, war's, ey. Oh, fuck. Oh, scheiße, das sind mehrere. Ich eile. Ängste vom Gebäude. Im Haus oder draußen? Nee, draußen, draußen. Hey, mein Container. Genau. Im Fahrzeug? Ich hatte den Container, weil ich... Könnte sein, dass sie mich noch lüten wollen oder so. Ah, die gehören aber nicht zusammen. Hier wird noch mehr geschossen. Da vorne ist ein Buggy, ich komm zu euch, Freunde. Ich dauern noch ein bisschen, bis ich mein Buggy bin. Es lebt ja noch die Hälfte, easy. Hab den Typen? Oh, von rechts. Ja, ja. Ich hab... Nein, ich bin da unten. Ja. Und auf den Berg, weiter. Hinterm Stein da oben. Ja, Richtung Süden, auf den Berg. Was ist denn das hier so? Er schießt jetzt auf mich. Was war denn da hingezählt? Nee, weiter... Direkt vor mir sozusagen, also direkt hier an der Kante. Ob der zu dir, oder...? Er sitzt... Ja, nee, er sitzt da noch. Er läuft jetzt ein bisschen... Ja, hier so hin. Wie siehst du? Ja, warte, bis ich den Papier war. Ja. Er haut jetzt ab. Ich weiß nicht, warum er jetzt abhaut. Er hört mein Buggy. Nein, Daniel, wenn ich komme, versuchst du zu mir zu kommen, wenn ich dann super tot bin. Dann müssen wir halt noch eine Runde starben. Ich lenke jetzt die Aufmerksamkeit auf mich. Und schon ist weiter. Der war irgendwo da rechts auf den Bergpfeber. Ja. Ja, der ist... Erstens ins Gebäude, Stefan, und dann heilen. Ich wünsche einen Gehälter, alles gut. Oh, hier ist er noch. Schießt. Wo waren die Typen? In einem der roten... In einem der roten... In einem kleines roten Haus, hab ein down. Down, oder...? Also down, down. Not down, oder not down. Den kleinen hier links, wo ich jetzt bin. Das hinterste, ja, genau da, wo du bist. Jetzt für die Kiste. Ich hab noch kein Kill. Ist, äh... Ich seh. Yvonne vorher geholt. Jetzt ist er tot, aber wie gesagt, er war nur down. Beut ist... Clean erst mal, soweit. Ja, hier ist clean. Aber wie gesagt, auf dem Berg war noch einer. Lukas, der hat eine M4, der hat eine M24, Lukas, loot dir mal hier den im Schlafzimmer, wo ich jetzt bin. Boah, ob ich jetzt noch mit der M24 klarkomme? Ist doch egal. Ich hab noch mal... Ich hab noch eine SGS, die will ich aber nicht. Hier ist noch eine Vektor. Umgriff. Oh! Hier ist eine Tür aufgegangen. Daniel, warst du das? Das war ich, ja. Ja, SGS, Daniel, wenn du willst. Ne, ich bleib bei meinen Waffen. Hat der noch ein Visier gehabt? Visier wär interessant. Und dann muss man eigentlich, glaube ich, schon los, oder? Ja. Der hat noch einen Schalldämpfer. Vorne stand... Also, wenn hier... Der hat noch eine Vektor und... Ne, ich hab keinen Empfehl. Der hat eine Vektor und... Der hat eine Vektor, ich meine, der hat eine... Achso. Vorne stand, wie gesagt, der... Der... Der Dacia von denen. Den können wir uns ja einfach nehmen. Hat der noch ein Visier gehabt hier? Ich hab einen Sechser auf meiner M24 jetzt. Ne, Rotpunkt hab ich. Hier liegt noch ein Sechser bei dem einen Typen. Hier, wo ich bin Stefan Platzerswüst. Visier. Ach, da liegt noch einer? Ja. Das war... Das wäre der, den ich gekillt hab. Die dann irgendwas... Besseres abzugeben als ein Dreier? Also das Sechser gerne nehmen. Ich hab einen Sechser auf meiner... Ja, M24 halt, ne? Ich hab noch einen Dreier, Daniel. Ich hab das Sechser, ist noch ein Dreier? Dreier habe ich selber, brauche ich nicht. Wollen wir dann fahren? Ich weiß, ich weg. Gut, dann gehen wir... Ja. Lass den Dacia nehmen. Ist jetzt auch Rote Zone, also... Ach, schnell, komm. Kommt, kommt, kommt. Ich bin zwar noch nie durch die Rote Zone gestorben, aber... Sicher ist sicher. Ja, Raph ist ja nicht dabei. Schauen wir mal. Das Beste war mal noch der Stein, die... Na, du weißt schon. Auf der 9e. Markiert mal was, ne? Ja. Markiert mal was. Ja. 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 Mal gucken, wie du fährst, damit es auf der Wand hat. Ich hab was markiert. Ich glaube, wir haben ja geklafen, oder? Nee, haben wir nicht. Wow. Okay, da will Daniel hin, dann fahr ich da hin. Ja, mach ruhig. Ja, ich bin keine Ahnung. Alle einverstanden sind. Aber wenn du hinfährst, wenn du hinfährst, dann klauscht mir den 3er-Helm. Also... Ich hab nur ein 1er-Helm, also... Ich hab auch nur ein 1er-Helm. Was hast du da drin? Da liegt jetzt noch ein 2er-Helm von mir. Oh, die... Fahren, 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 fahren. Kommt rein, kommt rein, kommt rein, komm, rein, komm, Daniel, Daniel. Daniel, fahr, 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 fahr. Aus dem Haus. Ich hab was abgekickt, aber es ist alles gut. Ich weiß, bist du geworden? Ist okay. Ich hab euch gesagt, ich glaube, ihr den Helm. Oh, mein Helm ist verhälft, der kaputt, ey. Was soll das denn jetzt, ey? Gut, dass ich den Helm geplaut habe. Haben wir auf dem 2-Helm erst jetzt tot gewesen, wahrscheinlich. Vermutlich, ey. Ach, ja. Das war da eigentlich für eine Waffe drin, da war das MG, glaube ich, drin, ne? Hier, das MG. Ja. So, Lukas, willst du nur eine UMP mit Schell-Nämpfer? Das jetzt... Sind die 3er-Rucksäcke jetzt auch weiß? Äh, die aus dem Care-Package, ja. Also, ich glaube, dass das die aus dem Care-Package sind, die weiß sind. Hast du einen 3er-Rucksack? Sag mal. Ne, ich brauch keinen 3er-Rucksack, alles geht's. Ne, ob du einen hast. Ähm, brauchst du, die UMP haben Schell-Nämpft, Daniel? Ich hab einen. Äh, äh, Lukas. Ne, 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 ich hab M16 und M24, alles gut. Willst, ne, nimm du mal den Schell-Nämpfer auf die M24? Achso, oh, das ist nett. Die hat man dann gar nicht mehr, ne? Das ist ja schon feingelöst. Ne, hier, wo ich bin. Aber erwarte nix, ne? Was heißt... Pff, ich erwarte nur 25 Headshots von dir. Ah, 5-Modern, das ist ja so. Bei einer von euch einen Daumgriff oder einen normalen Griff? Ne, ich hab kein Glück, ja. Ich hab noch 33 Verbände, falls er jemand was braucht. Daniel? Daniel, wo verwendet? Ich hab noch was anderes. Ich hab sieben. Daniel, oh, hier, 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 noch fünf. Komm, Daniel, ich lass dir hier auf den Falle, dann hast du, äh, 17. F-12. Ja, 17 ist besser als 12. F-12. F-12. Bei mir lass ich nicht einfach so liegen, ne? Das haben jetzt auch gern schon mal so viel auf, dass du 50 hast, ne? Ja, ist so. Boah. Oh, Lukas, Alter, wie bist du hier so schnell durchs Fenster, ey? Mal kurz davor, dich abzuknallen. Erik hat mich mal abgeschossen, als ich durch das Fenster gegangen bin. Was, man kann doch durchs Fenster? Verständlich. Nee, es hieß nix drin. Ähm, die Zone hat sich jetzt auch schon, wollen wir hier hochgehen? Nicht. Wenn das hier gar nix ist. Hm, nachher, los. Bis nachher da jetzt hier im Scheiß runterlaufen. Ja, hier ist doch der Wald dann, oder? Da ist der Wald, ja. Ich will da jetzt hin. Ja, aber ich will jetzt auch mal in den Wald laufen. Ja, gut, können wir auch machen. Gehen wir recht zu den Häusern. Das ist noch ein geiler Patronengurt. Ach, lass den lieben, Daniel. Ja, für die Schrotze. Ich brauch den für meine Zweischusschrotze. Nicht für die K. Achso. Ich will die Schrotze. Hm. Wirgegriff und... Ohlgebohrung. Daniel. Wirgebohrung. Ja. In der Endzone mit der Schrotze einholen. Oh, ich mach jetzt mal was Verrücktes. Hab ich eben gemacht. Ja, gestern. Ich hab eben immer mit der Schrotze geholt. War nicht, aber war nicht die Endzone. War eine Zonne davor, glaube ich. Oder zwei. War das gestern? Nee, eben. Checken wir trotzdem links oben ab, ob da was ist oder laufen wir. Oder war das... Ja, am Samstag war das. Wurde auch noch rein, Typen. Hinter dem Stein, oder? Ja, ja, genau. War das am Samstag? Achso. Ich dachte, das war eben gewesen. Ja, war am Samstag. Na, ich bin voll. Immer noch ein Schild auf der M24. Mit großer Macht. Hört man wenigstens nicht unbedingt, wenn du... Große Verantwortung einher. War das Sonntag? Sonntag gezockt? Achso, falls ihr Neunarmonie findet. Aber da haben wir auch einen Chicken-Dinner geholt in der Runde, ne? Dann habe ich das nicht verwechselt. Da fragst du mich jetzt was. Eben haben wir nämlich auch einen Chicken-Dinner geholt auf der Militärenseite. Ja, das war das, wo ich den Charlie von der einen Waffe geholt habe. Ja, hier liegt noch eine Bratpfanne. Am Ende noch. Ich habe eine Bratpfanne. Die nehme ich. Hier im Badezimmer. Äh, unten im Kinn-Badezimmer. Na, und eine tausende Energy könnte es so... Ich bin so nett an, ne? Ich brauche mal mal einen Energy. Charlie für meine Pistole. Hätte ich noch eins brauchen, ja? Da ist die Pistole dabei. 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 Ich habe hier oben. Ich habe hier noch einen zweiten Kasten gerade gefunden. Da hat jemand von euch keinen Kasten. Oh, nein, das ist zwei Stück schon. Ich habe sechs Kästen. Brauche ich schon bei einem. Daniel, komm her. Ich kriege zwei. Scheiße, bist du schon untergegangen, man. Boah, ich spiele nur hier raus. Boah, wir sind mittig in der Zone. Das heißt, hier wird gleich richtig viel zu unseren Häusern kommen. Tja, oder wir gehen einfach an den Bergrand und legen uns in den Häusern. Genau, ein paar Bäume entfernt von den Häusern hier. In welche Richtung denn? Berg, oder? Mir ist es egal. So 200, 300, so irgendwie in dem Bereich. Ja, wo ich mal kippe. Gelb bist du? Immer nochmal die Häuser. Ah, komplett auf dem Berg, okay, okay. Ja, ich dachte jetzt mit Bergrand meint sie hier diesen Obel. Ja, ja, nicht auf dem Berg, aber da am Rand. Ja, ja, ich dachte mit Berg meint sie jetzt hier diesen Obel. Da können wir sogar noch die Häuser abchecken. Wo jetzt vielleicht was von Georgopol kommt. Schön, Fahrzeug. Fahrzeug. Ja, die fahren da hin. Fahren vorbei. Fahren durch. Fahren Richtung Häuser. Oh, jetzt haben sie uns bestimmt gesehen. Fahren aber weiter. Ach, sollen sie machen. Vielleicht ist hier offen. Das sieht so aus. Hier ist so. Dani, hier ist ein Duckpilf, falls du über den Duckpil willst. Nee, ich bleib bei dem Wügelbogen. Das ist noch ein Energy. Ich kann den nicht aufnehmen. Da sind zwei Rucksack gewesen. Ja, ich bin eben bewusst auf den 1er Rucksack gegangen. Da sieht man nicht so gut im Gras. Hatzek. Wow. Ja, doch, ich hab auch nichts gehört. Doch, 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 doch. Aber ist angehalten. Da ist es wieder. Ja, da ist es wieder. Warum hast du eigentlich mir eben den 2er Helm angekortet, wenn du selbst keine hast? Oh nein, das ist nicht gut, dass du jetzt nicht so gut bist. Ja, ich bin da. Ich bleib mich... Oh, hier ist ein Care Package runtergekommen. Hier ist es. Ich werbe da eine Lade hin. Oh, Granat reingekommen. War nur noch auch. Ab, einen down. Was ist der Tipp denn hin, den ich down habe? Und vorher in der Kante bestimmt. Hier im Gebüsch. Okay. Nimm, nimm, nimm einer von euch den 3er Helm, der da drin ist. Ich hab ja noch einen, auch wenn er angefragt hat. Oh, ist die große. Oh, das 15er Scope. Oh, das 15er Scope, ja. Das 15er Scope hab ich mir genommen. Ich hab ja die Sniper mit dem Schally. War der Typ alleine? Nee, warum? Komm, wir gehen ins Gebüsch. Der ist alleine hier hingefahren, zumindest, glaube ich. Ist ja, aber wenn der dauert, na gut. Vielleicht waren das die Typen, die an uns vorbeigefahren waren. Scheiße, der Baum hier ist nicht in der Zone. Der Stein auch nicht, ist egal. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Hier ist so eine kleine Kuhle, wo ich gerade hinlaufe. Hm, okay. Willst du den Gulli-Suit anziehen? Nee, nee, nee. Kannst du ruhig haben. Ja. Hier sollten wir auch für drei Leute Platz haben. Wir sollten nur nicht auf einem Haufen stehen. Aber die Große war es noch da drin, aber egal. Hab der Muni, Daniel? Hast du Muni? Ich bin noch Muni, ja. Ich bin noch Muni, ja. Ja, wobei. Ich glaube, ich behalte das 6. Das geht hier auf Mokos. M24 und M16. Boah, das kommt so lahm, ey. Und ich hab das schon auf Empfindlichkeit gesehen. Ich hab das schon auf 10. Nee, du kannst, deine Aim Acceleration kann zu hochdrücken. Und wie? Entschuldigung. Zielbeschleunigungsgeschwindigkeit heißt das. Das ist dann aber 4-year-Skopen, ne? Ja, aber... Ja, aber... Ja, dann mach ich das nur... Nur für das 15-Skopen mache ich das jetzt nicht. Naja, aber du hast, wenn du länger Hals rüberhältst, dann gehst du halt irgendwann schneller rüber. Schon vorteilhaft. Heißt das auch auf Deutsch so? Also auf Deutsch zielbeschleunigungsgeschwindigkeit. Genau. Hat jemand das denn so bestellt, Franz? Noch ein Visier übern Rotpunkt? Komplett auf 10. Äh, 5. Ja, ist war auf 5, standardmäßig. Einen Rotpunkt habe ich noch auf der Handfeierwaffe. Nee, ja gut, Rotpunkt habe ich noch. Zielbeschleunigungs... Bis auf 1 oder 6 habe ich... 6 habe ich... Standardmäßig war es bei mir auf 5. Ich habe da nie was geändert. Okay, wir müssen aufpassen. So, hinter uns kommt nichts. Zumindest aus Westen, nicht Nordwest. Das Leben nur noch 11. Schlimmer ist so oder so, müssen wir noch über die Straße. Nee, so oder so hätten wir nicht gewusst. Das ist angekündigt, Daniel. Deshalb müssen wir... Ich drücke mir jetzt Push. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch noch. Ich habe mal ein paar Nullesprecher. Ich gehe ein Stückchen nach rechts. Das ist schön, wenn der Berg hier noch auf der Zone... ...zu den beiden Bäumen hier. Lukas? Ja, die sind nicht in der Zone. Die sind auch nicht drin. Aber vielleicht erst mal, um einen Überblick zu verschaffen. Ich sehe einen. Ich gehe hier etwas weiter. Die ist immer noch mega laut. Ich war doch auf dem Kopf. Der ist auf 145. Ich sehe noch einen. Ich kann aber kein Safe. War ich nur da in den Gebüschen, oder? Ja, einer sitzt in einem Gebüsch. Das war auch kein Headshot, ey. Come on. Ich habe ihn down. Oh, sechsfach Visier und UMP, ey. Mit der UMP ist schon hart, ey. Der liegt hier im Gebüsch vorne. Ich war es von mir aus auch 120. Oh, das ist 15er ist in dieser Konstellation schon gar nicht mehr. Stefan Zone kommt. Ich sehe. Ich habe ihn einen Hit gedrückt. Ich habe ihn. Davor läuft noch ein Zweiter. Ja, ja. Ich sehe. Der läuft zu dem Baum. Der läuft zum Baum. Der wird abgeschossen von einem anderen. Ich bin nochmal in der Hecke. Nein, du Scheiß, brauchen wir es nicht mehr drücken. Schön, Stefan. Hab ihn. Ich muss jetzt hier in Deckung. Denkst du noch? Bei mir müsste eigentlich noch irgendwo einer sein. Hier kriege ich noch einer. Ich sehe was. Drei gegen zwei aktuell. Zwei gegen, ja. Hab ihn. Drei gegen einen. Der eine müsste eigentlich hinten irgendwo sein, oder? Der Typ war so fort, wo er sich auch rechts, rechts, rechts. Der Hacker. Irgendeine Hacker. Welcher? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, lass ihn kommen. Ich bin in der Zone. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber so müsste er selbst sein. Dann holt ihn euch. sauber. Ich habe ihn. Ich habe ihn sauber. Easy. Franz, fiel deine Rückkehr und schick ihn dann ab. Soll ich das Foto machen? Ich habe zwei Trefferpunkte. Ich hab 50 Trefferpunkte. Zwei Kills hatte ich. Ich hab vier Kills, 45 Trefferpunkte. Ein Kill und elf. Nice. War trotzdem eine gute Runde. Gute Schnick. Gute Schnick gesagt, aber ich geh raus in die Schönste. Ich verliere das Spiel mal neu. Das war echt gut.